Das ist ein Film. Da können Kugeln um die Ecke fliegen. Wie unlogisch ist das? 1397 Schaden. Der wird entspannt Leute, den schaffen wir noch nicht bis zu Mitternacht. Achso und Adrien bei Titanfall, da geht das auch. Nein! Ja. Aber du musst vorher sehr lange anvisieren. Ja es gibt so eine Pistole dafür. Also hab ich gesagt, das ist ja Abfakt pur dann wieder mal. Ja ne, nicht ein Schuss, um die Ecke schossen. So einfach mal wenn sie auf die Map schießen, ich treffe alles. Alter nein! Nein! Ne ne, du musst schon eine Zeit anvisieren und dann sind die Gegner eigentlich zu gut wie tot. Aber was soll das? Was will denn der? Nein! Oh! Boah! dude schläfst du einfach nur entspannt rum. Ich mach mich unsichtbar. Alter! Alle drei hat er gefeilt. Du musst ihn jetzt bei Laune halten. Achso falsche Richtung. Ja, das macht der Adrien schon. Der schafft das. Alter Homa komm her du feiger Sack. Nein! Jetzt löffst du dich ab? Genau alter Homa, ey. Alter Homa ey. Warte, 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 ich muss noch warten. Wow, okay, wow. Mir ist gerade ein Conny aus dem Arsch gefangen. War eigentlich eine Katze, aber gut. Ne, ich hab ein Conny mittlerweile. Achso, dir. Ja. Alter, ja, komm mal her, Jungs, zum Healen. Boah, Junge. Ja, Adria, du bist so geil, Alter, du bist gerade da hochgelaufen. Erstmal Minotaurus pullen, ey. Ja, ich hab mich jetzt versteckt, erstmal. Wir sehen uns in der Brust flach aus. Hör. 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 Das ist voll aus davon, Alter. Oh, ich hab schon gefröhnt. Nein. Na, wie geht's euch da unten? Halt's, roll an dir, komm runter. Wie wär's, wenn wir jetzt für alle hochgehen, dann hat einer auch Arsch gehabt. Huah, ausgewichen. Der hat direkt mich gekillt. Der hat direkt mich gekillt? Ja, geil. Ja, natürlich. Also, ich analysiere gerade die Situation von mir hier oben und würde mich mal darauf tippen, dass sie ihm mal ein bisschen den Arsch machen können. Ui, Nadrian, halt die Fresse und komm wieder runter, ey. Das ist so ein Schmuck einfach nur, mein Gott. Ich muss deinen Schmuck jetzt schon wieder. Das ist einfach irgendein Typ, der scheiße ist. Nein. Oh, nein. Ich häng auf der Wiederbelegungsstatue fest. Geil, ich hab Leben bekommen. Oh, Basti. Oh, geil. Oh, Basti. Alter, heute Abend darfst du aber einfach auch. Kann auch daran liegen, dass ich heute ein bisschen müde bin. Ich lache über alles. Penis. Nein. Penis. Oh, wo kommt denn diese ganzen Motherfucker hier schon wieder her? Aber ich dachte, der Marcel fängt an zu lachen. Ich fang nicht an zu lachen. Nein. Ich werde die ganze Zeit von den Spackus gekillt. Die angeblich nicht da waren, laut Adrian. Die sind auch nicht da. Oh, dein Leben neu. Penis. Penis. Wir machen viel zu wenig Schaden. Die Gegner spawnen schon alle neu. Ja genau, also. Treff mal ein bisschen. Ja, wir haben nur noch 6 Stunden Zeit. Alter Adrian, ich hab dich grad voll gehielt. Und der hat sich trotzdem gewonnen. Geil, wir haben den aber auf der Hälfte runter geprügelt jetzt. Alter, komm zu mir. Was machst du denn? Ich schimmel wieder auf meinem Bein. Fuck, ich hab da hinten Minotaurus getroffen. Guck mal, hier ist ein Minotaurus. Ich kriege mal ein bisschen Spaß mit. LOL, der kann mich auch sehen, wenn ich unsichtbar bin. Leben. LOL Minotaurus. Und noch ein zweiter. Boah, Junge. Alter, noch ein dritter. Und noch ein Mage. Da ist noch ein dritter. Minotaurus. Oh, Geld. Leck mich am Arsch. Nein, nein, nein. Aua, aua, der kack Minotaurus. Der kack der Minotaurus. Der kack der Minotaurus. Der kack der Minotaurus. Alter Adrian, du hast aber heute Ninja Grab an, ne? Geld, 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 alles meins, alles meins, alles meins. Der hat mir im Makro geschrieben, das permanent D drückt, damit ich nichts verpasse. Der hat mir 1800er gezogen. Ich hatte fast leeres Leben und der hat mir 1800er gezogen. Oh, ich hatte fast leeres Leben und der hat mich dann gewandert. Was macht der für komische Geräusche, man? Alter, das ist aber auch echt ein hartes Stück Scheiße da. Der hat schon einen harten Knüppel, ne? Ja. Da freut sich der Buster. Alter, das ist unmöglich dem auszuweichen. Oh nein, ich mach mal Lampe an jetzt. Ich blende ihn. Ich mach meine Lampe an. Und verbrenne ihn. An dem Höllenfeuer. Ja, am Arsch. Ich verbrenne ihn an dem Höllenfeuer. Ja, am Arsch. Das, also das Höllenfeuer am Arsch. Alter, lauf doch mal weg. So geil der Adrian. Innerlich denkt er sich jetzt auch noch. Fuck you. Das denkt er nicht nur innerlich, das sagt er gleich. Oder stellt sich wieder oben auf seinen scheiß Rednerpult. Alter, das gibt's doch nicht. Mein linker, zeig mir. Oh Gott, was geht denn jetzt? Apropos Rednerpult, das ist mir zu belasten. Der hat grad geblinkt, wie so ein Superscience. Oh Gott. Erstmal ein Stück zurückspringen. So, ich hab grad beschlossen. Ich koordinier das Ganze für euch mal. Du bist geheilt. Du musst mal ein bisschen weiter zurückgehen. Marcel auch nicht so nah ran. Du bist kein Nahkämpfer. Ob du einfach mal die Fresse halten könntest. Schon wieder ein 1600er. Alter. Und Homer weniger sterben. Fresse. Sagt der, der von oben zuguckt. Nein, 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 nein. Der Einzige, der gegen so ne Attacke Chance hat, bin ich mit meinem Teleportation dick. Alter, nein, 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 nein. Oder einfach ausweichen. Mittlerer Mannschaft. Alter, nein, nein. Aua. Oh, ich bin fast tot. Oh, du bist tot. Super Chance, Basti. Der Einzige, der eine Chance macht, bin ich bumm tot. Du müsst warten, 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 warten. Denkst du, wir haben dich bis dahin down, bis du wieder angekommen bist? Oh, ich hab da hinten schon wieder irgendeinen Scheißköter getroffen. Oder so. Ja, der Minotaurus, geil. Oh. Mach das weg, mach das weg, mach das weg. Der geht wieder. Was genau hat mich gerade getötet? Mich hat gerade irgendwas im Fernkampf getötet. Im Fernkampf. Der Minotaurus kann seine Schwerter nicht schießen. Scheißen kann er sich auch nicht. Moment, ich fick mal einen Bomben. Was für'n Bombenangriffen, Leute. Ja, ne, war da noch nix. Du hast ihn weiter geworfen. Hier, nimm den. Sonst hast du keine Chance gegen uns. Kommst du wohl her? Hallo. Hi. Alter, Let's. Oh, verdammt. Nein, das ist der hinter mir. Bleib. Ich steck hier fest. LOL, alle daneben gesetzt. Komm her, komm her. Komm her, komm her. Faschist. Verschissen. Stell mir kurz vor Schluss, Alur. Hexe. Faschist. Vier senkrecht. Taktischer Rückzug. Alter, du hast noch voll viel Leben. Alter, warum müssen meine Pfeile denn unendlich weit fliegen? Was ist daran denn nur schlimm? Dass sich immer die Biene tauchen da hinten trifft. Schon wieder? Ja. Nja, bis der hier ist unser Tod. Wo ist mein Pit? Mit dem normalen Griff zieh ich dem fast gar nix. Also mit dem anderen mindestens ein bisschen was. Ja, I will zur... Verdammt. I will... I will die. Ey, gleich ist er Dune. Ich trenne mich nicht mehr. LOL. 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 Nein, wenn ich dem ausweiche, erfolgreich, kriege ich Mana, Alter. Ich bin tot. Ich bin tot. Du hast das gesagt, bevor du geschoben bist. Warte mal ab, ey, bis der Homer kommt. Der frisst noch einiges. Er kennt mich gleich, er kennt mich gleich, er kennt mich gleich, er kennt mich gleich. Hab einmal getroffen, hab einmal getroffen. Doch. Komm her, komm her. Ich bin ganz voll lustig. Und zack. Hab schon noch genommen. Ja, komm auf drauf. Stiefelkreis. Kampfkreis, Kampfkreis. Die erste Regel ist wie ich glaub. Es meint, niemand verliert ein Wort über den Feilclub. Pass die? Was die? Nein, jetzt müssen wir wirklich warten. Alter, was soll ich da machen? Die Sekunde vorher. Auf die Pads gehen und einfach im Kreis rennen. Uaaaah. Attacke. Uaaaah. Ja, ne goldene Axt für mich. Zehn Silber für mich. Alter. Immer diese Ninja Grabber hier. Ihr habt's angesagt vorher? Ich hab nur eine Sache. Ich hab dafür einen Ring bekommen. Oh, was hab ich denn bekommen? Tritt in den Hintern kriegst du. Goldene Axt für meinen Power Level und einfach mal richtig scheiße. Oder gelbe Axt. Woodstuff. Und einfach Urko. Ich hab hier noch was von äh... Ah ne, es ist Silk Shoulder. Okay. Da ist hier was von Silk Shoulder. Ist das so was wie von Blu-Ray? Genau. So, sollen wir jetzt mal die Titten platt machen? Geil! Ich muss irgendeinen Typ töten. Willst du die Titten platt machen, Basti? Ah, tot. Also ja, gucken wir mal kurz das nächste Land an. Oder gehen wir dann direkt weiter und nicht mehr in die City hier. Die City ist kacke. Hier sind da noch ein paar Typen, die so was droppen könnten. WTF? Droppen die auch was von Silk Shoulder. Ach so, da fällt mir das ein, ich schwölt dir Marcel noch im Gegenstand, ne? Jaaa. Wenn ich das nicht erwähnt, wär's dir gar nicht mehr eingefallen. Ja und? Er sagt nicht so selbstgefällig, ich bin selbstgefällig. Wie schnell ich zuhaue. Ja, aber es ist schon dreist, dass du den einfach eins gesammelt hast. Weil ich sammel ja auch nicht einfach deine Items einhole, dass du mir sagst, ich soll das einsammeln für dich. Doch? Mhm. Nein, tschüss. Ah, ich hab ja nur in Verwahrung genommen. Ja, natürlich. Der Boss versiegbar. Oh, level up schon wieder. Alter, was geht mit, was geht mit dem Mage up? Ja. Bam, 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 bam. Genau Basti, nimm dir mal ein Ball still dran, der schießt viel schneller als du. Ja, ich hab ja auch gar nicht auf Eilen gespielt. Der Typ hat mich auch gerade gar nicht gewonnen, shit. Na dann. Ja. Der Einblick hat er dich nicht gewonnen hättet, ne? Au. 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 Nein, der Collie. Böser Collie. Ja, direkt Collie. Ja, direkt Collie. Sie liegt hier. Ja. Äh, hilf. Aua. 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 Basti. 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 O. Aua. Ich bin blau. Döner. Ach so, den wurde ich auch gerade killen. Die Penis? Der줄 Brock. Aua, Ar�uj. Für den Geld er hat so einen Witz, ey, euer, fick dich doch mal ... эк. Emm. ą mal selber heilen wo wollen wir jetzt eigentlich zu City jetzt oder was nächster, ach ne wir gehen grade nächsten Kontinent Wir stehen eigentlich schon drin aber ja, hat ja nichts Wauw Ja, da Geld! Geld! Was denn? Was denn? Hau mal, hilf doch mal hier! Hau mal! Hau mal? Hier mal helfen? Ja, ja. Einer tot. Jetzt die City oder was? Weil... Die Schwerter sind hier alle weit, weit weg. Weit, weit weg. Weit, weit weg. Weit, weit weg Leute, weit, weit weg. Schreck!